Es gibt mir jede Zeit Schillen. Ende von Kapitel Nummer 3. Wir sehen dort schon den Sicherheitsroboter herumrennen. Wir sehen hier Munition, die hier herumliegt, denn die ist wichtig, denn je nach Schwierigkeitsgrad braucht ihr natürlich unterschiedlich viel Munition, um hier den Sicherheitsroboter auszuschalten. Das Schöne ist halt hier, dass wir hier diese vielen Kisten haben, wo wir uns verstecken können, damit er uns nicht sofort instant killt. Weil sobald er uns sieht und wir nicht in Deckung sind, bringt er uns instant um. Wir müssen jetzt also ein paar Mal auf den Kopf draufhalten und bei mir sind es glaube ich drei Schüsse oder vier sogar. Dann ist der Down, kommt natürlich auch darauf an, wie stark eure Pistole geupgradet ist oder nicht. Ich warte hier, weil ich weiß, er kommt genau dort, kommt gleich sein Köpfchen zum Vorschein. Dann baddere ich da zweimal rein, gehe in Deckung und dann mache ich den Rest. Und ganz genauso könnt ihr das auch machen. Das ist also wirklich sehr einfach hier das Ganze an dieser Stelle hier zu holen. Da habe ich meine zwei Schuss reingesetzt. Jetzt bleibe in der Hocke, weil wenn ihr nicht in der Hocke seid, dann kann er euch hier wegballern. Aha, er marschiert wieder. Ich kann hier erstmal sicherheitshalber kurz über die Kisten rüber. Bleibe dann hier. Er kommt, anvisieren, schießen. Und vier Schuss sind es bei mir, die ich brauche. Und da ist die Terminiert-Troffe hier. Wie gesagt, ihr könnt sehr gut euch auch die Box im Raum zunutze machen, wenn ihr wollt. Oder ihr nehmt diese kleinen hier im Seitengang. Im Raum selber sind halt auch genug Boxen wirklich vorhanden für euch, wo ihr euch verstecken könnt, damit er halt keine direkte Sicht auf euch hat. Und so habt ihr die Trophäe. Das war's. Mehr ist jetzt nicht zu tun. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich hoffe, ihr schaltet euch einen Nachdenkungen. Goodie. Ich weiß nicht, wie ich darf. Okay, wie dicke über dasi ist. Immer wieder watchen.